Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Fahrradunterhaltung. Heute steht eine Tour an, am Blech entlang, Richtung Alpen. Alpen werden es wahrscheinlich nicht werden, 80 Kilometer. Schauen wir, was es wird. Diesmal das Besondere mit Ebro zusammen. Also nicht mehr allein. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Ich glaube, dass es ziemlich warm ist. Wir schauen. 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 Wir sind jetzt bei Kilometer 42, ja 43. in knapp 2 Stunden, in knapp 2 Stunden. Durchschnitt 23,6. Ja 22 geht würde ich meinen. Ja 22 geht würde ich meinen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. Wir schauen. jetzt sieht es anders rum hier, Freunde Musik Aber jetzt, ja, schau ich den Scheiß, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 90 Kilometer und Campingplatz und Campingplatz und Campingplatz und Campingplatz Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen. Wir haben es. 6.40 Uhr. Von Temperaturen her ging es. Ich glaube jetzt haben wir so 7 Grad oder sowas. Das ist okay. Ich denke jetzt wird erst mal einen Kaffee gemacht, oder? Das ist okay. 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 Das ist worry. Das ist- und abonniert den Kanal und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.